Na, wieder da? Sie auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgasse. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen, uns stärken und voranbringen, sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedopter Evolution also. Ja, ein Tritt in den Hintern. Die albernen Wichte Qualopec und Tiocan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse Träger-Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! Zehn. Fünn. 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 Fünn.